So, es ist spät nachts, wir fahren gerade durch Nordengland und hinten im Auto bei mir geht die Trainingssession ab. Da ist der Tacho, hier vorne ist die Straße, das sieht man gar nicht. Auch das machen hier die Jungs. Ich hoffe man sieht's, einer Liegestütz, der andere, wie nennt man das, Sit-Ups, ne? Okay, weiter, trainiert euch die Arsch ab! Das ist der Tacho, hier vorne, wie nennt man das, Sit-Ups. Das ist der Tacho, hier vorne, wie nennt man das, Sit-Ups. Das ist der Tacho, hier vorne, wie nennt man das, Sit-Ups. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, ich bin noch...